Servus Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video, denn heute heißt es Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war Und ganz allein schlapp ich sie mir Ich kenne HDGV, okay Leute, ich hab hier Crown Zenith, weil ich suche noch, ich chase noch Giratina und Arceus Ich hab hier schon Palkia und Dialga Jetzt hätte ich gern noch, um das abzuschließen, Arceus und Giratina Deswegen habe ich mir jetzt mal diese Zenith der König Box gekauft Und ich hoffe, wir kriegen eine davon Die Karten habe ich übrigens alle graden lassen von Neo Grading Also falls ihr in Wien seid und günstig eure Karten graden lassen wollt und die sind sehr genau Dann kann ich die auf jeden Fall empfehlen Und wir plappern nicht lange herum, wir öffnen das jetzt, let's go So, wir haben mal, hoppala, jetzt stelle ich die ganzen Dings hinten Wir haben mal Hüllen Stark Dann haben wir eine wunderschöne, shiny Seishian Dann haben wir einen Pin Leute, lasst es mich wissen, seid ihr Seishian oder Samazenta? Freunde, wen findet ihr krasser? Und eine wunderschöne Seishian Figur Finde ich stark, die lassen wir hier stehen So Krebskorps Myraplav Jurob Zipurze Oh Stolunia Ein strahlendes Glurak Wir starten Bei der Krone Zene Viskorps Und ein Zeraora Jawoll Wir starten sehr stark hinein Sehr, sehr stark Weiter geht's Vom Kroo Look Pokéball Kretkorps Myraplav Kretkorps Jurob Zipurze Oh, ein Hisui Viskogon Und ein Glaciola Wie... Alter, die Zenit der Könige, die sind wirklich stark, diese Boxen Ich finde das so toll, er gibt so viele Hits Die haben mich, glaube ich, wirklich noch nie enttäuscht Pampam, Schnäppke, ich sehe da was, aber ich weiß nicht, ob es Gold ist, mein Gott, okay, 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 Markbrand und Schlaraffel, ich habe mir kurz eingebildet Gold, aber ja, also drei Packs, sechs Hits, gute Quote, das ist halt versehnete Königin echt stark. Und weiter geht's mit Pampam, Tausch, Schnäppke, Igneboa, Tangela, eine Energie und ein Seishien-Wiii. So da. Hoppala, so ist extrem gebogen, ich glaube, das ist ja noch kein richtiger Big Hit, aber immerhin zwei Hits pro Booster, das ist schon stark, also das ist sehr stark. Stolunia, strahlendes Akub und Rayquaza-Wiii. Stark, sehr, sehr stark. So da, wir haben ein Gala-Mozzi, ein Weilmeer, ein Schein-Lux, ein Krebskorps, ein Gladiantri. Wow, ein Regi-Giga-Svista-Alternative-Art und Freunde aus Hisui. Alter, aus jedem Pack bisher zwei Hits. What the hell? Oh mein Gott, wir haben noch eins, zwei, drei, vier, fünf Booster, oh mein Gott. Wow. Heftigst, heftigst. Und eine Altart haben wir auch inzwischen gezogen. Stark. So einen Kern haben wir, wie dieser, Smogon, Molung, Felilu, Gladiantri und Pandagro. Boah. Ich bin sehr begeistert bisher. So da. Schnäppke, Ignibor, Tangela, Puppens, Volverock und Jan Mega. Okay, drei Booster noch. Wir haben Energiesuche, Sichler, Violo, Mangunior, Kikugi, Owei und ein Pikachu. Oh mein Gott. Was eine Box. Und wir haben noch immer zwei Booster. Also das ist heftig. Das ist sehr heftig. Puh. Stark. Energiesuche, Sichler, Riolo, Mangunior, ein Kuralei und eine Kate unterschrieben. Wow. Wow, wow, wow. Letztes Pack. Oh mein Gott. Was für Karten. Alter. Wieso kacke ich so hart mit dem Pack's Opening? Soda, ein Tangela, ein Puppens, ein Mauzi, ein Weinmeer, ein Smodan und ein Luchstra, jawohl, sehr schön. So, jetzt gehen wir nochmal schnell die Hits durch alle. So Leute, das war sehr, sehr heftig. Was sagt ihr zu der Box? Habt ihr schon alles, was ihr aus diesem Set wolltet? Was ist eure Chase Card? Ansonsten, schönen Tag und Peace!